Hallo meine Mittwochzwerfer, MittwochzwerferInnen, willkommen zu B-Sides Celeste, nee warte das macht keinen Sinn, Celeste B-Sides, ach wie haben wir müssen denn so, ich weiß es nicht, ich hab jetzt schon keine Nerven, weil wer das Projekt geschaut hat, weiß jetzt, dass das Hotel ein absoluter Haupttropf wird, das hat mich so viele Nerven schon im Projekt gekostet und jetzt die B-Side davon zu machen, Lekomio, das wird schön, oh Gott, let's go, B-Side Hotel, was kann da nur schief gehen, ich kann es euch sagen, alles alter, ja wenn man schon im ersten Slide, äh im ersten Slide, im ersten Ding stirbt, dann kann es nur ganz schief ausgehen, Jetzt auf, stelle ich mich grad wirklich so dumm an, so, okay, okay, ja, das war's, das war's mit meinem, oh fuck, ich kann es doch einfach, haha, einfach cheesen, Komm, ich darf, ja, ich komm damit, okay, ich war grad, okay, ich glaub, da war grad ein ziemlich kleiner Leck, ähh, okay, stimmt, diese Dinger, gibt's ja auch, haha, okay, das war grad, äh, doch schon ziemlich lächerlich, Okay, muss ich da weg, äh, ich muss mich dran eigentlich, natürlich, frag ich überhaupt, okay, der war schnell, bitte doch, Ah fuck, oh Gott, äh, es gibt ja auch noch, äh, äh, noch, naja, oh äh, oben geht's ja auch noch etwas, okay, 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 Ja, die Mietigkeit hat eingetreten, oh, so früh, ja, ich hab's diesmal jetzt schon, oh mein Gott, das war genau, Oh, naja, okay, ich hab's probiert, ich hab's versucht, weil ich werde hier ganz viel versuch, aber ja, Oh mein Gott, wie blöd, wie blöd, wie blöd, die Panik, Ich schwör' euch, grüß' der Feind, und tu mal doch, So, okay, oh nein, haha, warum, ich hasse die Fischer so extremst, Oh, die sind doch so derbel langsam, das ist das Schlimmste, Oh fuck, ich muss mich daran halten, okay, So, runter mit dir, Okay, Nee, das springe mir nicht, Mhm, Nee, oh, ich dachte, die werden viel schneller, man, ihr seid so, Kulturelle, Laumschnecken, Oh, so geht's auch, ja, so nicht, ähm, Genug Tempo geht das, oh mein gott das geht wegs geklappt jetzt stellen mich wirklich nicht schlecht und ich bin wirklich stolz auf mich was ist nein nein ich weiß aus mein tod allerdings zurück können dann schleunigst hier weg und dann noch einmal zwei passagen und dann muss ich am ende dadurch ja 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 okay wenn es doch nicht in der richtung mit ausführen dann kann ich auch nichts dafür ok da bin ich einfach mit stecken naja ich hab den unten nicht konzentriert kein wunder in diese stellen habe ich wie sondern nie bekommen gut ich dachte nicht dass er ganz nach unten geht hat er aber okay einfach ein bisschen geduld auf ob das ist das hier was was ist das für ein müll mein auto wenn dieses ding warte da unten ist ein ding was ich glaube ich habe mein erstes tage da gehört wer diese eine typ da unten beim trampolin nicht wäre das so wie tausendmal einfacher aber nee so muss das natürlich nicht sein warum sollte es auch einfach sein wer brauchten das schon ich habe panikiert weil ich dachte ich werde tot ich bin noch irgendwie betonlich auf den weg das war erstaunlich gut ich bin noch ein bisschen wie viel versuche mich das hier hat gekostet hat also ihr für euch steht es wahrscheinlich in den stunden aber alter ich hab schon keinen bock mehr auf dieses level jetzt noch weniger da so so fuck okay das war aber gut eigentlich jetzt na okay der war etwas näher wie gedacht Ok, unter 10 versuchen, hä, lol, ok Ok, wieso ich hier, bitte, das schaffen Moment Ok, ne, geht auch nicht Warte, 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 ich habe eine andere Idee, vielleicht, warte, ich lasse mich kurz Ah, ich muss mich da anhalt, oh Gott, oh Gott, oh Gott Hä, nee, es geht nicht an, hä? Hä? Ich weiß nicht, was ich hier soll machen Ok, so nicht Um Gottes Willen Ja, ok Yes, endlich, boah, ich glaube, hier habe ich noch mehr Versuche gebraucht, wie beim anderen Oh nein, was ist denn das jetzt? Ok, ich kann drauf stehen, gut zu wissen Äh, ok Ah, da war ein Kristall, ich habe mich mal merkt, ok Ok, ok, fuck, das geht nicht Das war ok, der wird ziemlich lahm Äh, ok, warte, jetzt Ok, die sind, äh, wirklich, äh, ziemlich lahm Was mir nicht so gefällt Na, ok, das war falsch Ja, fuck, falsche Richtung Ah, stimmt, der ist ja, lahm, ja Äh Yes, oh Gott Huh Ok, da ging, äh, es ging relativ schnell im Vergleich zu den anderen Räumen Also, was zum Zweifel soll ich hier tun No, ok Ja, ok, hier komme ich nicht mit einem normalen Sprung hin Warte, kann ich mich noch mal hier in die Wand hängen? Ja, aber das würde ich gerade sagen Das Timing ist mir da ein bisschen, äh Ja Warte Muss ich da irgendwie Oh mein Gott Ich glaube, da muss ich wirklich einen verrückten Sprung drüber Ja, ok Dann muss ich da noch aufpassen Klingt sehr angenehm Wie immer Und dann irgendwie Hä Ich mag diesen Raum jetzt schon gar nicht Weil ich muss ihn erstmal, äh, am Anfang Yes, oh, ein Krisch Oh, was zum Teufel Ne Viel zu langsam Okay, dann eben nicht Hä, wie soll ich das machen? Die sind ja viel zu langsam Jetzt? Ne Oh, dieser Raum gefällt mir gar nicht Oh Gott Ist das so ne Oh mein Gott So ein Ding So ein Perfekt Timing Ne, warte Das war viel zu früh Ne, oh, was mach ich? Viels freilig Ne, zu früh Ne, alter Wie langsam Oh mein Gott Englisch Oh, so ein Scheiß Alter Oh, was ist denn das jetzt? Cut Okay Neuer Tag Neues Glück Neuer Für Ja, Grund Zu sterben Äh, so Okay, geht schon gut los Oh Gott, was ist denn ein Trampolin? Okay Das hier wird, glaube ich, glänfiger als gedacht Obwohl, die erste Stelle könnte man noch relativ gut schießen Wie könnte man Okay, nehmen wir einen Äh Ah, fuck, okay Ne, okay Warte, ich hab ne andere Idee Okay Okay, von SuperZ Eine, warte, hier ist Trampolin Nein Oh, ich dachte, ich würde mich nach oben schießen Nein, ich hab verfehlt Oh Gott, das hier wird hier eine lange Prozedur Okay Okay Jetzt 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 Oh nice, okay Das ist relativ schnell gegangen Oh, was zum Teufel Ich, äh, ich hab jetzt schon Exhaustion Also, wie Okay Jetzt Oh, mein Gott Jetzt Nein, ich hab damit verkackt Ich hab so lange gewartet Ja, fuck Okay, jetzt halbwegs da noch ziemlich schlecht bei mir Äh, nein, ich war gerade zu gut Äh Okay Alles geht kaputt Fuck, mein Leben Fuck, mein Leben Das hat Schatz nicht erwartet Ja, aber Eigentlich hätte ich es erwartet Soll ich Hä, wieso Hä Oh Gott Da muss ich einen perfekten Sprung noch hinlege Eins Fuck Fuck, das war dumm Ja, hier rüber Hier 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 Fuck, shit Da Äh, äh Okay Ja Oh nein Sein Arsch, bin zu früh gesprungen Fuck Das war der erste Ziemlich guter Versuch eigentlich Das war ziemlich gut gerade Ich will nicht nur wissen, was für gesichtsschäle Grimassen ich wieder hier gemacht habe Aber Boah, das war gar Gut Was zum Tumpfell Was soll ich denn hier machen Was Hä Was Ich verstehe nicht, was ich hier soll Gebrochen Oh, das war jetzt viel zu nah Äh Ne, das war viel zu früh Hä Ne, auch wieder zu viel Mann Also Okay Nein Yes Oh Hey Geduld ist hier gefragt Wirklich gutes Time Oh mein Gott Ne, schau Wie Viel zu früh Viel zu früh Nein Warum bist du so lahmarschig Mache ich es eben so Das geht wieder kaputt Fuck Oh fucking hell Äh, okay Nein, ich, oh mein Gott Das habe ich wirklich gerade verfehlt Oh mein Gott Wirklich meine eigene Inkompetenz Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Das war so knapp Das war so knapp Soll ich hin Jo Soll ich hin, jo Soll ich hin, jo Soll ich hin, jo Und direkt wieder ins Green shop Oh nein, nicht du Oh, da war ein Dings Oh fuck, das war zu früh Oh, warum Ich hab dich nicht vermisst Was kann ich dir sagen Oh fuck Oh fuck Ja, wenn ich gegen die Wand springe Dann soll ich mich auch nicht wundern Wie soll ich das hinbekommen Hä Ich verstehe es irgendwie nicht Ah, jetzt hat es geschafft Oh Gott Oh Gott, wie blöd Fuck Okay, okay Das ist jetzt fix schlimm By doing Nein Oh, ich hab nicht regiert Mit dem Typen ist es halt auch sau stressig jetzt Nein Falsche Winkel Ah Fuck Hat mich jetzt komplett irritiert Okay, alles gut Keine Panik Alles gut Na Oh Fuck you Wegen dem Diesen Dummkopf ausnutzen Für Einen Vorteil Oh 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 Nein Hä Das ist das Problem Der Typ kommt hier auf mich zu Fuck Oh fuck Das war blöd Das war blöd Oh fuck Oh mein Gott Oh mein Gott Nee Das hier wird nicht einfach Das sehe ich jetzt schon Ja okay Zumal es wenn es schon am Anfang ist Mit der Distanz Schie ausgeht Oh mein Gott Was ist denn das Okay Aber der Raum ist eigentlich relativ kurz Also wenn ich es hier jetzt schnell perfektioniere Das heißt nämlich Oh mein Gott Okay Oh fuck Dieser Wichser Nein Was war das denn gerade Warum schieß ich mich nach oben Oh fuck Fucking Hell Oh Gott Wie soll ich stehen Warte Ja weil ich denn hier schon los werde Das ist ja praktisch Yes Oh das war gut Oh nein Äh Was Oh gott Das haben wir Ah Nein Du Wichser Was Nein Oh Das ist gut Oh fuck Ich hätte einfach abwarten sollen Das war gerade eigentlich so geschenkt Oh fuck Ich habe nicht auf die Wand geachtet Oh mein Gott Okay Nein Ah Fick dich Okay Ah fuck Ich dachte ich könnte auf den Kopf springen Äh Nein Oh so blöder Wandsprung Äh Wandsprung Ja Komplett falscher Winkel Ne Was mache ich Na einfach Oh nur mache ich nochmal meinen gleichen Fehler Was mache ich Bin ich nicht Blöde Ja okay Das scheint ja Äh So Also einfach hier hoch Nein Warum schieße ich mich jetzt nach rechts Bin ich spürt Ah Nein Du Wichser Was ist das für ne Timing Das Timing hier muss ja übelst genau sein Okay Ich seh es Ich seh es Oh fuck Ich seh es nicht Okay Oh Gott Alter Was Oh Es geht jetzt schon los Nein Oh mein Gott Was Ich dachte schon das Ding Das Ding wäre jetzt da Nein Oh mein Gott Oh Raus aus dieser scheiß Hölle Gut Karma Gut Karma Was für gut Karma Ich hab nur kassiert hier Oh Also hier haben wir bei weite mehr Tode Als sie im ersten Level Und im zweiten Level Kombiniert sogar Oh Die Zeit complete Ich bin raus Oh Oh Okay Dieses Level hat mir wirklich Ein paar Räume Wirklich Einen die Fresse gegeben Alter Also ohne Witz Ich glaube es gibt Zwei oder drei Räume Da hab ich glaube ich Fast 100 Tote Wenn nicht sogar mehr Angesammelt Also die sind nicht ohne gewesen So ich sag 700 Alter es ist sogar 800 Oh alter 818 Oh Und 804 war es hier Ich weiß nicht was besser ist Okay Hotel ist hinter uns Und nächstes Mal geht es in Kapitel 4 Golden Witch In die B-Side Oh Ich brauch Urlaub Oh mein Gott Oh Also ja Danke fürs Zuschauen Ich weiß nicht Was ich zusammen editiert habe Wahrscheinlich ganz viel Verzweiflung Und Pain Ähm Ach ja ich danke euch fürs Zuschauen Wir sehen uns dann beim nächsten Mal Wenn es dann hier bei Golden Witch weiter geht Und das mit hoffentlich weniger Toten und Verzweiflung Danke Aber das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein Habe ja Dank fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal Tschö Okay Bis zum nächsten Mal Tschö Tschö aly Tschö 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 Tschö